Shirin David hat einen neuen Song rausgebracht, heute am Sonntag. Ich denke mal schon, dass das alles Twitch-konform ist, denn sie muss natürlich auch immer mit einem Auge darauf schauen, dass sie halt ihr Image als Bad Girl Nicki Minaj von Deutschland hier zelebriert. Aber mit dem anderen Auge muss sie auch ein bisschen darauf schauen, dass sie ihre sehr junge Fanbase aus ihrer Zeit als YouTuberin vielleicht auch noch bei Laune hält. Deswegen ist das hier so die PG-13-Variante von Nicki Minaj, die definitiv R-Rated ist. Ist er Tokio, oder? Ist das jetzt endlich der Sunshine-Song? Ja, ist er das, den die gute Shirin schon in ihrer ersten Single angekündigt hat? Man, Beat ist nice. Beat ist nice, Alter. Schön knallender Bass, Alter. Dieses zuckersüße Sample, was wahrscheinlich jeder kennen wird, der älter als 20 ist. Sehr auf Amerika geschielt, aber feiere ich, Alter. Shirin klingt auf dem Song auch sehr, sehr cool. Also man muss das mal vergleichen mit ihrer Aussprache auf Gib ihm, was auch ein Song war, an dem ich sehr viel Potenzial gesehen habe. Man hat da schon noch gemerkt, okay, da ist hier noch ein bisschen Exercise, ein bisschen Practice notwendig, um die ganzen Sachen noch ein bisschen runder klingen zu lassen. Es gibt sehr viele Sachen, die bei Shirin schon prall und rund sind, aber ihre Betonung, daran musste sie noch ein bisschen arbeiten, was sie meiner Meinung nach geschafft hat. Das hat man schon auf 90, 60, 111 gemerkt. Und natürlich hier der Hausparty-Vibe, das hat mich natürlich jetzt hier auch wieder sehr gefreut, denn erinnert mich an meine Zeit in San Diego, wo wir doch die ein oder andere Hausparty auseinandergenommen haben. Krasseste Hausparty war mal, da hatten wir auch eine Hüpfeburg im Garten. Die Leute schön vom Dach auf die Hüpfeburg immer gesprungen halt und dann von der Hüpfeburg direkt weiter in den Pool. Fanden alle ganz lustig halt. Also das war wirklich so Project X-Style, Alter. Einmal sind bei einer Hausparty auch die Cops gekommen. Es war ganz nice aber, weil ich hatte da von der Routine noch nicht so die Ahnung. Also ich war gerade draußen und habe eine geraucht, natürlich, was mache ich auch sonst. Dann kam einer raus und hat gesagt, ja, hier, die Cops sind da, die Cops sind da. Das heißt, gleich alle haben die Lichter ausgemacht, alle waren ganz ruhig, alle haben sich hingehockt und so weiter. Wirklich, also als ob es einstudiert war. Ja, dann hat halt der Besitzer des Hauses oder der Mieter des Hauses die Tür aufgemacht, hat kurz mit denen geredet, die sind wieder abgehauen. Zwei Minuten später ging es weiter. War spektakulär, spektakulär, Alter. Also sowas, sowas habe ich vorher auch noch nie erlebt, ne. Und dann, ja, also, es ist wirklich genauso wie im Film, Alter. Also du hast halt alle mit Red Cops rumlaufen. Das hat einen eigenen Style, Alter. Das hat einen eigenen Vibe auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr nice. Blue Cops? No go, Shireen. Da musst du noch ein bisschen dein Game upsteppen, ja. Nur Red Cops sind nice. Alles andere ist imitat. Was geht, Mami? Sag, der DJ, ich bin Lil' Cip. Na, ich bist du mit mir, zahlst du gar nicht drauf. Mach mich so sympathisch. Ja, Uniform. Verbreite, ich danke für deine 100 Bits. In Frankreich wird auch so ähnlich gefeiert. Ja, Digga, nice, ey. Nice. Also, Hauspartys sind mir auch tausendmal lieber, als in irgendwelche Clubs zu gehen, wo du halt deinem Gegenüber in das Ohr schreien musst, damit ihr euch überhaupt unterhalten könnt. Ich bin jetzt nicht so der Tanzfan, ja. Also, ich gehe jetzt nicht so gerne so in Clubs und danze da und shake und mache da fiese sexy Moves und alles drum und dran. Ich tanze auch gerne, aber lieber hier in solchen Ambienten, logischerweise in irgendwelchen Zimmern, wo halt 50 Leute reinpassen, wo das dann prall gefüllt ist und dann alle so zusammen im Vibe sind, wie so eine Materie zusammen. Das ist höchst sexualisierend auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja einen Club da, um zu tanzen. Naja, nee. Nee. Man kann einen Club auch andere Sachen machen. Alter, ist das geil. Das ist geil, Mann. Das ist wirklich geil. Das ist ein geiler Song, Alter. Das ist wirklich gut. Ja gut, also wenn ich das jetzt hier auf YouTube hochlade, auf jeden Fall werbeunfreundlich sein Vater, ne, an der Stelle. Ey, aber Hook geil, Vibe geil, komplett nice, Alter. Also bisher gibt es hier gar nichts dran auszusetzen, ist meiner Meinung nach der beste Song jetzt so vom Ersteindruck, den ich jemals von Shireen gehört habe. Ja, schöner Lil Kim, Shoutout, ne. Denn Lil Kim war auch damals jemand, die hat sehr, sehr viele Türen geöffnet für weibliche Rapper. Was ist das? Ah, Five Guys, na gut, okay. Ja, Five Guys, auch sehr, sehr nice. Hab ich auch gesehen, dass es das jetzt in Deutschland gibt. Da kann man natürlich schön den Ami-Style machen, ne. Krasses Ding, ey. Also wenn man jetzt sie auf Englisch rappen hören würde, würde man meiner Meinung nach vom Stil, vom Sound, vom Auftreten, vom Vibe, von der ganzen Attitude eigentlich nicht merken, dass das halt hier aus Deutschland kommt. Eine Hausparty als Setup für ein Musikvideo finde ich immer sehr, sehr passend, ja. Gerade wenn es halt auch ein Song ist, wo man merkt, okay, hier ist ein gewisses Sex-Appeal, der halt vermittelt werden soll, ne. Wenn man jetzt aber natürlich hier Samra und Dumarok sieht, die über die Cox-Packets und so weiter rappen, das wäre natürlich ein bisschen affig, wenn die sich dabei hier bei einer Hausparty filmen, ne. Aber in so einem Stil hier, in so einem Song, eine Hausparty als Background für ein Musikvideo zu nehmen, finde ich sehr, sehr passend. Shirin hat da auf jeden Fall einige gut aussehende Freundinnen hier mit eingeladen. Da wird auf jeden Fall der Mindestabstand nicht eingehalten, ja. Die sind ja auch im Pool dann, ne. Danach wird dann wahrscheinlich schön geduscht und mit Desinfektionsmittel werden sich, Hand-Sanitizer-mäßig, werden sich dann die Hände erstmal gereinigt, mit denen man da hier diverse Hinterteile angefasst hat. Dann gibt man da auch Corona keine Chance, ne. Finde ich okay. Stell ich mir voll schwer vor, mit so einem Jet-Ski in so einem kleinen Engpool sein, die Runden zu drehen, ey. Hätte gerne ein Video mit gut aussehenden Männern. Komm vorbei, Nadine. Ich hab dir ja schon gesagt, ne. Du bist herzlich eingeladen, wenn die Grenzen wieder offen sind. Wir können hier gerne mal einen Vlog drehen, indem wir einfach uns hier ein bisschen Museen anschauen oder mal in den Zoo gehen oder sowas. Ich zeig dir gerne das Land hier. Ich zeig dir gerne die Kultur. Alles gar kein Problem. Das ist, glaube ich, aus... Ich hab das nicht mitbekommen, aber ich glaube, in ihrer Instagram-Story oder so hat er sie gepostet, dass sie eine Party macht. Und da waren noch Lockdown-Methoden am Stissel. Naja, da kam halt die Polizei und hat das Ganze dann aufgelöst. Ja, gut, legitim, ne. Auch legitim, das dann zu filmen und dann halt dieses Bad-Girl-Image hier noch ein bisschen damit weiter zu pflegen. So, House-Partys sind natürlich nice, außer wenn die Nachbarn halt zu nah dran wohnen und vielleicht auch gerne früh ins Bett gehen und dann halt die ganze Sache sprengen lassen von der Polizei. Wir hatten mal was Geiles. Also jetzt hier in San Diego, da hatten wir mal so einen Ami kennengelernt und den sein Vater, der hatte so ein paar Luxus-Villen, so in Gated Communities, ne, die der so verkauft. Und der Sohn hat mal den Schlüssel von einer von dieser Villen bekommen. Ja, wir haben da fünf, sechs Party-Busse sogar gemietet und die sind von verschiedenen Colleges dann dahin gefahren. Jeweils so mit, ja, 50 Leuten drin, ne, 50 Studenten sind dann halt diese fünf Busse dann in diese Gated Community rein. Und da waren halt die Nachbarshäuser, waren auch alle leer. Das war halt ganz nice und wir hatten halt dieses eine Haus, schön mit DJ und so weiter. Das war halt die absolute Edelbude, draußen mit Jacuzzi und Pool und alles drum und dran. Und da haben wir dann halt komplett die Sau rausgelassen und waren halt auch unter uns. Das war sehr, sehr nice, ne. Ich glaub so, Ratio war auch so 50-50, ne, Mädels und Jungs. Also da war gut was los auf jeden Fall, ne. Grüße gehen raus an Alex, wenn du das siehst, Digga. Stöpsel dir den, man. Ja, nice, Alter. Man hat das ja so ein bisschen erkannt, dass sie diesen, diesen Ami-Style sehr cool findet. Schon bei ihrem letzten Album, aber da waren ja auch so, solche poppigen Sachen drauf, wie das Xavier Naido Feature. Und man hat das gemerkt bei Gibim und bei Ice, ich glaub Ice hieß das, ne, das andere Ding, was ich auch ganz nice fand von ihr, dass sie das geil findet. Und es scheint jetzt so, als ob sie halt dieses Album hier hundertprozentig in diesem Stil macht und ich feiere das. Ja, Shirin, wenn du das siehst hier, ja, melde dich gerne bei mir. Wenn du eine geile Tour haben möchtest in Amerika, kommst du rum, ich kümmere mich um dich, ja. Und ich geb dir auch Nachhilfeunterricht, wie man Businesses richtig ausspricht, ja, gar kein Problem.